Herzlich willkommen bei Ihrem Wetter. Ja, recht ungerecht geht es beim Wetter in nächster Zeit zu. Der Süden profitiert vom Hochdruckgebiet Liesbeth, bekommt goldenes Oktoberwetter. Im Norden dagegen schrammen immer wieder Tiefdruckgebiete durch. Vor allem am Freitag bringen sie viel Regen und auch jede Menge Wind. Jetzt am Abend ziehen die letzten Schauer nach Osten heraus. Dann wird es in der Nacht zu Freitag zunächst trocken sein. Allerdings von der Nordsee kommt in der 2. Nachthälfte schon wieder das nächste Regengebiet herein. Da kann es zum Teil kräftig regnen und auch der Wind frischt auf. Die Temperaturen sehr unterschiedlich im Süden, wo man längere Zeit die Sterne sieht. Zum Teil Bodenfrostgefahr, nur Werte von 5, 6 Grad in 2 m Höhe. Unter den Regenwolken ist es mit 12, 13 Grad m. Am Freitagvormittag wird es v.a. in der Nordhälfte immer wieder nass. Hier auch böiger Wind nach Süden hin dagegen viel Sonnenschein. Temperaturen auch sehr unterschiedlich unter den Regenwolken. Gerade mal 12 Grad am Oberrhein sind knapp 20 Grad möglich. Auch am Nachmittag werden immer wieder kräftige Regengebiete über die Nordhälfte hinwegziehen. Der Wind auch immer noch ein Thema. V.a. an der See zum Teil Sturmböen vereinzelt. Schwere Sturmböen. Davon spürt man im Süden nichts. Hier späte sommerliches Wetter, goldenes Oktoberwetter. Das wird es auch am Wochenende hier geben, v.a. in der Südhälfte und in der Osthälfte. Hier zum Teil auch Temperaturen von 22 bis 26 Grad. Dagegen im Norden dicke Wolken, immer wieder Regen, hier grau und kühler. Am Sonntag wird es dann wenigstens ein kleines bisschen freundlicher. Nur direkt an der Nordsee ist es noch ziemlich wechselhaft. Und auch am Sonntag selbst sind zum Teil wieder Temperaturen 23 bis 26 Grad möglich. Genießen Sie das wunderschöne späte Sommerwetter. Das gibt es dann am Montag auch noch in weiten Teilen Deutschlands. Allerdings kommt da dann schon wieder die Wetterwende. Von der Nordsee kommt ein neues Tief mit kühlerer und nässerer Luft. Das war es erst mal von mir. Wenn Sie wissen wollen, wie es bei Ihnen genau vor der Haustür aussieht, dann klicken Sie rein bei wetter.net.